Hi Freunde, herzlich willkommen bei Batman Telltale Series mit Episode 4 Vorneweg, das Ganze hier nehme ich auf in der Zeit, wo ich noch kein Internet habe Also kann ich leider auf eure Kommentare dann nicht mehr drauf eingehen Heute ist der 12.12. Morgen am 13.12. kommt, bzw. wenn ihr das dann seht, kam Episode 5 raus Also das Ganze wird dann ein Rutsch für euch präsentiert Ich tue mein Bestes, ich hoffe es passt so alles, weil ich habe einen neuen Greenscreen, den ich jetzt benutze Ich hoffe es halt nicht zu sehr, wenn es überhaupt halt Und ja, wir machen einfach mal Start Episode 4 Ich hoffe auch, dass alle Einstellungen übernommen wurden Also alle Entscheidungen Ich hoffe es Und ja, ich hoffe auch, dass ich Keine, okay, ich habe wirklich keine Probleme mit XSplit Wenn ich mit XSplit meine Cam aufnehme Sehr schön Ich muss auch erst mal reinkommen, was hier passiert ist Ich glaube meine Cam stockt doch ein bisschen Ich glaube das war wirklich meine Entscheidung Bitte bitte, Selina Ich muss euch erzählen, wie ich... Bruce? Hm, dieses blöde Mistzeug Ich glaube es ist Zeit, dass du meinen realen Namen kennst Ja, Lady Arkham Und wir landen in dieser Folge ins Arkham Asylum Und ich freue mich schon drauf, denn es wird einer der Erzfeinde in dieser Episode vorkommen Von Batman Verraten möchte ich nichts Und ich glaube die Cam, die stoppt wirklich Ich werde das Ganze nach dieser Folge mal nachgucken Bevor ich dann die nächste Folge anfange Also Folge 14, glaube ich Das ist cool gemacht schon Das fängt schon mal sehr cool an Ah, wir sind schon in Arkham Oh, Frühstück Hunger Oh ja, sie stockt wirklich Muss ich mal gucken Ähm, vielleicht sieht es jetzt für mich schon so aus Vielleicht stockt die Aufnahme nicht Der Fee, wenn ich Glück habe Aber bei meinem Glück Würde sie stocken Wenn welche an die Auflösung ein bisschen runterstehen Ich denke immer, dann wird das besser sein Ähm, rostige Pritsche Sehen wir uns die mal an? Was? Die Adern Am Arm hier Junge, Junge, Junge Hier sind alles mit Narben Auch vor allem überseht Overwall Ach, da Wir ziehen ihn am besten einfach mal an Damit wir überhaupt was am Leibe haben Aber wir sind echt in Arkham eingeliefert worden Batman ist in Arkham Das ist schon krass Frühstück Wir gucken uns mal die kaputte Wand erstmal an Das ist viel wichtiger Vielleicht ist das Vielleicht kann man das später als Fluchtmöglichkeit schon ansehen Was sehr, sehr praktisch wäre Frühstück Müssen wir durchgucken und Hallo sagen oder Ich finde, dieses Farbenspiel finde ich genial gemacht Ich verlange Wieso bin ich hier Wieso bin ich hier Ist viel wichtiger Boah, was ist das für eine blöde Wache Was bist du für einer? Na macht schon Boah, das, das ist Die Episode gefällt mir jetzt schon übel Die gefällt mir jetzt schon ein So dieses, dieses, wie gesagt, Farbenspektakel Eieieiei Erwischt Werden wir gerettet von irgendeinem Ist er das? Ja Er ist es Daran erkennt man schon, wer es ist Wer sich mit Batman auskennt Weiß, wer das ist Mir geht's nicht gut Krasser Moment, Leute Ist klar Ich kann mich nur unscharf erinnern Ist das krass, Leute Wir vertrauen Jack Und wie wollen sie das machen? Genau Ist das ein komisches Gefühl Mit diesem einen Raum zu stehen Boah, ist das ein krankes Gefühl Ja John Doe Wird man so genannt Also so kenne ich das aus der Gerichtsmedizin Wenn man jemanden nicht identifizieren kann Dann steht meistens auf einem Zettel Also wenn es ein Toter ist Zum Beispiel Ein Zettel dran Dann stehen John Doe dran Wenn diese Leicht noch nicht identifiziert ist Ich bin sicher, dass er will, dass er dich umdrehen würde Genau Oh, ja Ich werde ihm die ganze Nacht zeigen Oh Gänsehaut, Leute, ich hab echt Gänsehaut, ich finde das, hallo, jeder weiß, wer ist. Komisches Gefühl, Freunde. Ich bin gespannt, wie wir hier noch alles in Arkham treffen. Oh Leute, was ich ein bisschen schade fände, ist, dass nicht Mark Hamill diesen John spricht. Ich glaube, dass es nicht Mark Hamill war. Kann ich mich aber täuschen. Kommt der denn jetzt her? Ja, der ist... Oh Mann. Oh, dieses Grinsen ist aber auch richtig genial dargestellt, Freunde. Dieses diabolische Grinsen von diesem John. Ich finde das echt heftig. Episode 4. Ich weiß gleich nicht, wie die Episode heißt. Willkommen in Arkham Asylum. Glaublich oder nicht, einige dieser Leute sind verrückt. Ja. Da ist... Da ist dieser Riese. Dieser Riese. Da dieser Riese. Roland heißt der, glaube ich, ne? Ach, Beschützer von Arkham. Genau. Dieser Roland sitzt da. Ah, der links ist, glaube ich, Seth. Wer sind sie? Der andere? Mit der Puppe, der... Sagten auf den Namen. Der Name sagt mir nichts. Der Name sagt mir nichts. Also er guckt sich den Ameisenkrieg an, okay. Schlüssel? Was ist das? Das ist echt diese Roland. Billy. Es ist ein krasses Gefühl, dass man hier als Bruce Rain in Arkham Asylum steckt. Als Patient. Ich finde das phänomenal. Ich finde das sehr, sehr schön, was sich da Telltale Games ausgedacht hat. Ich finde das echt nice. Wir probieren mal in diesem Schrank den Schlüssel zu benutzen. Vielleicht passt der. Aber sieht nicht so aus. Ich habe das Gefühl, das ist ein Schlüssel für das Tor. Pflege... ach, Pflegeerzimmer. Nicht Pflegezimmer, sondern Pflegeerzimmer. Okay. Da ist sogar wer. Die hören sich das echt nicht mehr an. Die sind so darauf eingestellt, was die anderen Insassen wollen. Das hier halt immer so. Ja. Gucken erstmal hin durch. Telefon. Wollen wir sicherlich blöd zum Alfred anzurufen. Du bist Billy. Das hier müsste... Das sah ich doch. Wusste ich es doch. Habe ich ganz einfach erkannt. Da ist Seth sich... Der ritzt sich ja. Immer so, wie man 5 abhakt für seine Morde. Ist einfach ein kranker Serienmörder, Seth. Aber der eine... Komm, das war nicht ich. Ich bin... Oh. Ähm. Ich weiß nicht, wie er heißt. Das ist auch ein kranker Bösewicht. Eine Truhe. Wir sehen uns die Truhe erstmal an. Ne. Da wird unser Schlüssel auch nicht passen. Oh. John ist wieder da. Du missst mich? Ich missst dich. Aber... Die Gefahr bleibt. Die Kinder von Arkham sind immer außerhalb. Und ich werde nicht resten, bis diese Straßen sicher sind. Und firmlich unter meinem Kontrolle. Und... Ich glaube auch, ähm... Harvey wird in dieser Folge dann zum richtigen Two-Face. Ich glaube... Also nicht in dieser Folge, sondern in dieser Episode. Ich glaube nämlich daran erinnern zu können, dass ich da... Ähm... Das ist nicht, wie du hier rauskriegst. Haha. 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 Das waren wir. und ich weiß nicht. Hallo. Ja, einer auch. Pfff. Rache. Genau, wir haben den Freund verloren. Aber nicht dich. Ich habe gesehen. Oh, das ist diabolische Grinsen, ey. Lady Arkham ist gefährlich. Lady Arkham ist gefährlich. Wie viel mehr gefährlich, als du denkst. Oh, ich weiß ein bisschen über Lady Arkham. Lass mich dir sagen. Tragisch. Es gibt noch keine Signale des Gotham-Gazette-Reportanten Vicky Vale, nach ihrer mysteriösen Auspuffung früher diese Woche. Sehr schrecklich, Vicky. Ich denke, wir wissen beide, dass sie ziemlich die... Lady Arkham ist gefährlich. Genau, Bruce. Warte. Du wirst wissen, dass Vicky ist... Sag mir, was du wirst. Du willst Vicky und ihre Drücken finden, ey? Kannst du dich verhindern, wie du deine Verhandlung auf Coppult? Sag nicht, wir müssen mit dir zusammenarbeiten. Vielleicht sag mir, was du weißt. Ich will wissen, was er weiß. Das ist alles, was du weißt. Wenn deine Information gut ist, dann sehen wir. Ich wusste, dass ich dich liebte. Ich habe dich seit einigen Jahren gesehen. Und ich kann dir sagen, dass es etwas dunkler ist in dir. Wenn du Oswald attackst, konnte ich sagen, dass du es genutzt hast. Das war wegen der Drogen, definitiv. Appelpot und Punk, die würde sterben. Das war nicht ich. Ich war nur ein Pumpe, mit ihrer Drücken. Das einfach amplifieren, was du schon fühlst. Was ist schon in dir. Nicht zu schuldig. Es ist in deinem Blut. Ich sehe viel von deinem Vater in dir. Sie wahrscheinlich auch. Es ist klar, dass das warum Vicky dich liebt. Oh! Okay. Her parents murdered, leaving her with an unquenchable thirst for vengeance. Surely you can relate. Um, who? The tragedy can drive people to do some pretty dark stuff. Don't try to make this about me. Of course it's about you, Bruce. This is all about you. You and Vicky are both dark souls. And now you're heading on a collision course towards each other. That's gonna be fantastic! You see, I know what you really are. And that's why I really want to tell you where Vicky has moved her drugs. But you're not gonna do anything while you're stuck in here. So, I vote. We get you out. How hard can it be? You're Bruce Wayne. The Wayne's always get what they want. All it would take is a phone call. Well, sure, but there's no phone. Yeah. I assume I can take care of that. There's... What? It's gonna come at a price. When I get out of here, you're gonna owe me a favor. Okay? Just one. What? What if he's going to do? What if he's going to do? What if he's going to do? I don't know what it is yet. No. I don't know what it is yet. What if he's going to do? I'm not doing any favors for you, John. And here I thought we were getting along. So, we can keep working on our friendship when we meet again. Can't we? I tell you what. I'm gonna make a distraction to get the guards away from that gate. The rest is up to you. You make that phone call and I promise I'll tell you how to find those missing drugs. Hey, Zaz. Hello, Zaz. What the hell do you want? Settle a bit. What happens if you make a tally mark before you kill someone? What are you talking about? Oh. No. No, no, no. I don't match him. Oh, God, I don't match. You can fix that right now. Skin feels like it's itching. Burning. Oh. 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 Run, Brucey. Run! Krank. Okay, Leute. Das ist noch meine nächste Folge. Diese kranke Kacki hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es geht bombastisch los mit der vierten Episode. Ich werde gleich mal gucken, ob die Cam übelst gestockt hat. Wenn ja, dann kann ich das leider nicht ändern. Außer in der nächsten Folge eventuell, indem ich hier die Auflösung noch ein bisschen runter stelle. Ich meine, es ist ja eh unten in der Ecke. Da muss jetzt eine derbe Auflösung sein. Ich hoffe es. Bis dahin, Freunde. Macht's gut. Los geht's gut. Musik Musik